Relaxed Gaming meine Freunde und willkommen zu unserem neuen Video. Die 7 Todsünden als Animatronics. Jeder von uns kennt die 7 Todsünden, aber was wäre, wenn diese Animatronics wären? Gibt es da überhaupt passende Animatronics? Und wenn ja, welche wären das? Um das herauszufinden, müsstet ihr dieses Video gucken. Doch bevor ich das tue, guckt doch erstmal, ob ihr 7 herausfindet und haut sie in die Kommentare. Vielleicht kommt ja eine coole Diskussion auf. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Die erste Sünde ist die der Lust. Toy Chica ist wohl der beste Pick. Ich meine, passiert in den Spielen ja nicht mal was. Also, sie macht dort nichts Anstößiges. Trotzdem ist sie wohl einer, wenn nicht sogar der meistgesuchte Charakter auf gewissen Websites. Ich meine, guckt euch mal die Aufrufzahl von ihr in Ruhe 34 an. Wait, was ist nochmal meine Zielgruppe? Oh shit. Nein, 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 mit R33 meine ich den Nissan Skyline. Boah, was eine geile Maschine. Ich meine das Auto. Oh, scheiß drauf. Toy Chica wird ganz oft seltsam dargestellt. Deswegen ist sie diese Linderlust. Und weiter möchte ich das euch erklären. Ihr seid an der 12. Verdammt. Völlerei. Clamrock Chica. Holy shit Chica, du bist der Inbegriff von Sünde. Ich meine, Völlerei beschreibt das sinnlose Vollstopf oder die Übereinnahme von Ressourcen. Und was soll ich sagen? Das passt perfekt auf Clamrock Chica. Ich meine, ich hatte ein ganzes Video zu ihr gemacht, warum ihre selbstzerstörende Fresssucht einfach nur schlecht ist. Und warum das ein sehr trauriger Aspekt ihres Charakters ist. Deswegen werde ich hier nicht lange drum brabbeln. Aber sie braucht diese Nahrung nicht. Sie ist ein Roboter. Sie braucht Strom. Sie kann diese Nahrung nicht in Energie umwandeln. Es sei denn, diese Nahrung besteht aus AAA Batterien. Was sie nicht tut. Es ist Pizza. Und sie braucht das nicht. Und dementsprechend ist es einfach nur ziemlich abgefuckt, dass sie es isst. Besonders, weil es sie zerstört. Dementsprechend isst sie es nicht, weil sie Hunger hat, sondern aus Lust am Essen. Sie ist ein Roboter. Ein Animatronic. Eine geile Maschine. Nein. Was ich damit sagen will, ist, dass in ihr Mund viel rein... WAH! Scheiß drauf. Okay, kein Chica mehr für den Rest der Runde. Denn in Harp Gear hätte sie auch irgendwo reingepasst. Aber ich möchte sie nicht dreimal hintereinander platzieren. Deswegen habe ich in die Sünde der Harp Gear den guten Bibi reingepackt. Welcher, um es mit netten Worten, zu sagen, ein gieriges Arschloch ist, das meine Batterien stiehlt. Obwohl ich die brauche, um Foxy abzuwehren. Und er damit effektiv gar nichts anfangen kann. Warum verpisst er sich einfach nicht? Ich brauche die Batterien, um meine Familie zu lernen. Was? Ja. Ich habe meinen Job verloren. Und meine Familie braucht Energie. Und die ziehen wir aus der Batterie. Echt? Aber warum... Warum lachst du mich dann aus, wenn du sie klausst? Also, Wixer, dann stirbst. Loll, licks dich. Kleiner! Faulheit. Toy Freddy ist mit Abstand die beste Wahl, wenn es um den Foul in einer Metronik geht. Okay Leute, im FNAF 1 bewegt er sich einiges und man muss auch sagen, dass er äußerlich gar nicht mal so unvollwirkt. Ich meine, er ist gut gepflegt. Was er nicht selber macht, weil er ist eine Maschine. Und er ist ein bisschen von der korakulenteren Natur. Was ja nicht schlimm ist. Trotzdem scheint er nicht gerade die Sportskanone zu sein. Aber sein Design ist ja nicht seine Schuld. Was aber seine Schuld ist, ist sein Verhalten in Ultimate Custom Night. Denn hier ist er nur am Gamen. Es ist die ganze Runde vom PC und verkackt auch noch. Das heißt, spielt ihr sein Spiel nicht für ihn, verliert er dort drin. Das heißt, er ist nicht mal nur faul, sondern er ist auch schlecht. Und er hat nicht mal Bock, das Spiel selber zu spielen. Ihr müsst es vorhin spielen. Wie faul kann man sein? Ich meine, man sitzt schon vor der Glotze, muss nur seine Daumen bewegen, die er hat. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt, Leute. Er hat Daumen und kriegt nicht mal das hin. Also, was zum Teufel bewegt dieses faule, fette Stück Bäredynamatronic dazu, sich mal zu bewegen? Genau, wenn er in seinem Scheiß-Videospiel verliert, weil er zu faul war, die Regeln davon durchzulesen, Dialoge zu lesen, oder zum Beispiel einfach mal selber zu spielen. Das ist der Inbegriff von faul und wenn er es verkackt, reint er zu uns ins Office und versucht, uns umzubringen. Dementsprechend ist es ziemlich cursed und eine gute Repräsentation von Faulheit. Nun, der wohl von Monty am besten widergespiegelt wird. Ja, ich hatte William Afton auch, aber William Afton ist einfach nochmal ein Stück böser. Dementsprechend kann man die nicht wirklich als Zorn-Personifikation machen, weil wütend ist er so gut wie nie. Dafür ist er zu psychopathisch. Die Sünde des Zorns ist trotzdem eine leichte zu entziffern. Denn wenn wir mal einen Blick auf FNAF Security Breach, bzw. einen spezifischen Animatronic aus dem Spiel werfen, dann sehen wir, dass er sich ganz und gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Monty Gobble Regator ist mit Abstand der aggressivste Animatronic, den FNAF je gesehen hat. Wenn wir die 420-Nächte auslassen, weil da, ja, da gibt es noch ein paar andere, aber Monty ist an und für sich sehr aggressiv. Er zerstört seinen Raum, er ermordet den Typen, der ihn in die Band geholt hat und, und zerstört im Endeffekt sogar sich selbst. Wenn das nicht der Inbegriff von Zorn ist, weiß ich selber nicht mehr. Meine Wahl für Neid wäre Mangle. Nun ja, eine Animatronic für die Sünde des Neides zu finden, war echt schwierig. Werd ich sogar fast unmöglich. Deswegen habe ich mich sogar in Voicelines reingestürzt und dann ist mir eins aufgefallen. Einer meiner Lieblings-Animatronics hat ein großes Problem. Er redet in FNAF VR nur davon, dass er nicht komplett vollständig ist. Und mit er meine ich sie, nämlich Mangle. Mangle hat das Problem, dass sie zusammengebaut wurde und auseinandergebaut wurde und sich wahrscheinlich in ihr mehrere Remnants befinden. Ich weiß, ursprünglich hatten die Toys keine Remnants, aber sie hat Silvereyes und die Voicelines in FNAF VR lässt darauf sehr gut deuten. Deswegen müssten wir das mal so behandeln, als hätte sie welche. Beziehungsweise ist es auch das, woran ich es glaube. Dementsprechend ist sie meiner Meinung nach der Inbegriff von Neid. Weil im Endeffekt will sie wie andere Personen wieder vollständig sein. Und daran setzt sie alles. Außerdem zerreißt sie andauernd Leute, beziehungsweise das droht die einem an, wenn man sich von ihr schnappen lässt. Was halt einfach ein Verhalten ist, das darauf deuten lässt, dass sie halt unsere Vollständigkeit nervt. Und Leute auseinander zu reißen, weil sie perfekt sind in ihren Augen und sie nicht, ist ja wohl Neid. Nun haben wir Hochmut. Und ja, ich weiß, ihr wisst, dass es Roxy ist. Die Sünde des Hochmuts packst zu Roxy wie die Faust aufs Auge. Ich meine, Roxanne ist wohl der hochmutigste Electronic ever. Denn sie hält sich andauernd für was Besseres. Wie diesen Voiceline zu hören, verkörpert sie auch nach außen in eine perfekte Persona. Doch tut währenddessen gleichzeitig so, als wären andere Leute, oftmals ihre Antagonisten wie Gregory, nichts. Oder wären schlecht. Und das ist ja wohl der Inbegriff von Hochmut. Nun wissen wir alle, dass Hochmut vorm Fall kommt. Und das beschreibt wohl auch ihren Charakter, der immer weiter in die Hässlichkeit versinkt. In dem Sinne, war es das mit den sieben Todsünden als Animatronics erklärt. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn wir ein Like bekommen würden. Und einen Kommentar. In dem Sinne, Relaxing Gaming und bis zum nächsten Mal. Ciao.